Hallo und willkommen zu meinem neuen Food Haul und Wochenplan. Ich komme langsam wieder rein. Ich habe mich heute so gefreut, in Ruhe einkaufen zu gehen, ohne Zeitdruck. Mit Wochenplan, mit Einkaufsliste, mit viel Geld, weil es ein XXL Haul ist. Also die letzte Woche oder sogar zwei Wochen habe ich immer nur so häppchenweise eingekauft. Das hat man dann am Ende am Portemonnaie gemerkt, denn da war ich zwei, drei, vier Mal einkaufen und habe auch immer irgendwie Sachen gekauft. Ich weiß auch nicht, was ich da gekauft habe, weil der Kühlschrank war einfach trotzdem immer leer. Wir wussten auch nicht, teilweise nicht, was wir essen sollten. Also es ist natürlich immer irgendwie was da gewesen, aber keine Auswahl. Die Kinder, die sind ja oft, nee, den Joghurt nicht. Ja, war jetzt aber, da gab es jetzt keine Auswahl an Joghurts. Genau, und heute hatte ich mir vorgenommen, heute gehe ich mal wieder richtig schön einkaufen, richtig viel Auswahl und mit Wochenplan, da habe ich mich auch sehr drauf gefreut, denn ich habe, weil ich so raus bin aus dem Kochen, wir haben ja jetzt auch öfter mal auswärts gegessen, habe ich so auch gar keine Lust mehr gehabt zu kochen, aber eigentlich koche ich ja gerne. Ich finde, man muss sich da einmal so dran wieder reinfinden oder dran gewöhnen, dann läuft. Also wie gesagt, das ist ein XXL Haul. Ich war bei Rossmann, Aldi und Edeka, aber bei Rossmann eigentlich nur wegen Kaffee. Ich starte mit dem Edeka-Einkauf, denn da habe ich nur die Reste gekauft, die ich bei Aldi nicht bekommen habe. Ich starte mal mit dem ungesündesten Teil und Süßes ist wirklich diesmal nicht viel dabei. Fünf Tafeln Milka, zweimal die mit Karamell, zweimal Oreo Sandwich und einmal Nosette. Waren im Angebot bei Edeka für 79 Cent. Ein Fladenbrot, denn bei uns gibt es heute Gyros. Wir hatten uns alle Fladenbrot gewünscht. Das habe ich zum Beispiel bei Aldi einfach vergessen. Ich weiß aber auch nicht, ob die Fladenbrot haben, aber bestimmt 1,49 bei Edeka. Rahmspinat 2,79, den packe ich direkt mal weg. Bei Edeka habe ich bezahlt 34,98, weiß ich nicht, ob ich das auch schon erwähnt hatte. Tzatziki für 1,29, das ist mein absoluter Lieblings-Tzatziki. Ich habe auch ein tolles Rezept zum selber machen, aber habe ich jetzt heute keinen Bock. Habe ja gesagt, ich muss mich langsam wieder reinfinden. Nein, aber ich wusste ja auch, dass ich lange weg bin mit Einkaufen, danach das Video drehen. Dann habe ich da einfach auch keine Zeit. Viermal Rahma Creme Feen für 89 Cent im Angebot. Deswegen hatte ich dann auch keine Sahne bei Aldi geholt, denn da war die günstige 99 Cent. Die Olivia, die liebt ja jetzt die Bärchenwurst für 1,79. Dann einmal dieses Knusperbrot für 1,19. Beim letzten Mal hatte ich ja nur richtiges Knäckebrot bekommen und das wird auch jetzt hier gerade gar nicht gegessen. Die wollten jetzt eigentlich lieber dieses. Laufzwiebel, 99 Cent. Teuer, aber dafür sehr dick und viele. Dann habe ich einmal hier Milka Haselnuss als Nutella-Ersatz. Wollte ich das mal ausprobieren. Ich glaube, das ist ohne Palmöl. Wären wir jetzt einfach mal, wie es schmeckt. War zufällig auch im Angebot für 1,99. Und die Lieblingsmarmelade hier im Haus. Leider nicht im Angebot. Wenn die im Angebot ist, muss ich da direkt wieder mehr holen. Dann habe ich einmal Hühnchenbrust-Innenfilet. 5,99. Habe ich bei Aldi leider vergessen. Da wäre es auf jeden Fall günstiger gewesen. Dann habe ich hier so anderthalb Kilo Melone. 2,26 Euro. Die Olivia liebt Wassermelone. Die wird sich da sehr freuen. Die schneide ich heute Nachmittag. Dann einmal Granatapfelkerne. Liebt die Rosalind. 2,00 Euro. Und Himbeeren für die Mama. 1,11 Euro. Und dann habe ich noch grüne Pfefferkörner eingelegt. Für 1,99. Ich wollte Schweinemeter-Jungs in Pfeffer-Ram-Soße machen. Das war der Einkauf für 34,98. Ja, bei Rosman habe ich 15 Euro bezahlt. Habe ich viermal Deutsche Gusto-Kaffee. Der kostet da momentan 3,79. Und wenn man vier Stück kauft, bekommt man nochmal 2 Euro Rabatt. 3,29 dann. Und tatsächlich gehen diese 10% Rabatt-Coupon auch noch zusätzlich davon runter. Also habe ich da irgendwie 2 Euro noch was für den Kaffee bezahlt. Die hatten da so ein bisschen Disney-Zeugs. Da habe ich ja einmal hier so ein Body-Glitzer-Spray mit der Marie. 1,99. Body-Lotion 1,39. Hups, Bambi. Und für 1,19 Euro habe ich auch noch ein Deo-Spray mit Susi. Genau, die Susi. Müsste auch irgendwo sein. Zeige ich dann gleich nochmal. Fand ich super günstig. Unter 2 Euro jedes Teil. Sogar 1,19 Euro. 1,39. Und dann gehen ja auch noch die 10% ab. Hab ich das mal mitgebracht für die Mädels. Die lieben ja Disney. Sind wir auch schon bei Aldi angekommen. Bei Aldi habe ich 122,91 ausgegeben. Muss aber dazu sagen, ich habe richtig viel Fleisch gekauft zum Grillen. Ich werde das gleich abpacken und einvakuumieren. Portionsgerecht. Weil das ist immer so viel, finde ich. Wir haben letztens gegrillt. Und die Kinder wollen dann gerne Grillfackeln. Wir wollen aber gerne Bauchfleisch und Steak. Wenn man dann immer diese Riesenpakete da hat. Ich wollte eigentlich von der Frischetheke letztes Mal geholt haben. Aber eine Grillfackel. 2,30 Euro. Ne, bin ich nicht bereit. Tut mir leid. Glaube ich nicht, dass das Fleisch da so viel besser ist von der Frischetheke als das abgepackte. Meistens ist das ja sogar genau das Gleiche. Deswegen habe ich jetzt bei Aldi einen Riesenvorrat geholt. Werd das gleich portionsmäßig von jedem immer zwei oder so einvakuumieren. Und dann einfrieren. Weil jetzt sieht es erstmal nicht nach Grillen aus. Heute ist schlechtes Wetter. Ich habe im Auto ein Sixpack Cola Mix Getränk und ein Sixpack Zitronen Limo Zero. Für jeweils 3,54. Die habe ich jetzt nicht mit hochgeschleppt. Dann habe ich einmal, oder besser gesagt zweimal, Bio Gyros geholt. Da gab es minus 30%. Ich brauche das ja für heute. Anstatt 4,99 Euro 3,50 Euro oder 3,40 Euro. Und ich habe direkt zwei genommen, weil eins war mir ein bisschen wenig. Wir essen das gerne. Kinder werden richtig Kohldampf nachher haben. Und wir haben ja auch das Riesenfladenbrot dazu. Dann habe ich Schinkenwürfel für 2,79 Euro. Grillfackeln. Das sind sieben Stück, 3,19 Euro. Bauchfleisch. Das gleiche. Packe ich auch gleich ab. 3,79 Euro. Dann habe ich einmal Iglo Backfischstäbchen. Und einmal Iglo Fischstäbchen. Da gab es auch gar nicht mehr viele. Die waren auch im Angebot zufällig. Für je 2,99 Euro. Suppengemüse für 1,89 Euro. Habe ich sogar zweimal gekauft. Dann habe ich einmal hier diese Knutfer-Rösti-Ecken. Für 1,99 Euro. Die gibt es bei uns zu dem Schweine-Medaljon. Einmal diese Beladwurst. Gere esst von Aldi 1,79 Euro. Eine Vollmilch 1,15 Euro. Ordli Barista für 2,15 Euro. Dann habe ich zweimal geliebene Mozzarella. Der war nämlich auch im Angebot für 2,19 Euro. Der hält sich sehr lang. Da habe ich dann mal zwei Tüchen mitgenommen. Brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Aber wir überbacken ja sehr gerne. Und der kostet ja sonst, glaube ich, 2,59 Euro oder so. Babybell 2,19 Euro. Die Oli wäre nämlich beim letzten Mal tatsächlich gegessen. Goudascheiben für 1,99 Euro. Die Bechamelsoße für 1,09 Euro. Die liegen wir. Dann habe ich hier noch Fleischspieße zum Grillen. 4,49 Euro. Salat 89 Cent. Den gibt es heute dazu. Nackensteaks für 4,79 Euro. Eine Zucchini 32 Cent. Backpapierzuschnitte 1,15 Euro. Habe ich nämlich gesehen. Haben wir nicht mehr. Schweinefilet für 4,85 Euro. Die Rosenbrötchen 1,59 Euro. Schmelzkäsescheiben 1,79 Euro. Und auch nochmal 800 Gramm Hackfleisch, was ich gleich einvakumieren werde. Für 5,99 Euro. Gehackte Tomaten 85 Cent. Zweimal rote Paprika für je 1,99 Euro. Dann nochmal hier die Frühkartoffel-Drillinge für 1,99 Euro. Einmal Apfelsaft, 99 Cent. Einmal hier diese Pausen-Cracker für 1,59 Euro. Fleischbrötchen gerne für 1,75 Euro. Die waren auch im Angebot. Dann habe ich hier mal so Früchte-Cocktail für 1,99 Euro. Haben die Kinder früher ganz gerne mal gegessen. Bio-Tomatenmark 1,29 Euro. Maiskölbchen 1,19 Euro. Zweimal passierte Tomaten für je 85 Cent. Dann sind die, glaube ich, hier neu. Diese Eisteesorten. Da habe ich dann mal alle drei Sorten mitgenommen. Melone, Granatapfel und Pfirsich. Die kosten jeweils 79 Cent. Dann Champignons in Scheiben für 99 Cent. Zwei Kinder-Joy Harry Potter für 1,19 Euro. Hier ist richtig Sammelfieber. Dann habe ich die Erfrischungsstäbchen. Gab es in Cola-Zitrone. Fand ich ganz cool. Ich mag die nicht. Hatten wir schon mal das Thema. Früher wusste ich nie, wer überhaupt die mag. Wer überhaupt Schokolade mit so Fruchtzeugs drin mag. Aber die Rosalind und der Patrick mögen die gerne. Olivia hat sie, glaube ich, noch nicht probiert. Sechsmal O-Saft-Kleinflaschen für 3,29 Euro. Der Patrick hatte sich O-Saft gewünscht. Viermal Energy für 1,29 Euro. Sonntagsbrötchen, 99 Cent. Und Gemüsebrühe, 99 Cent. Und einmal noch die Landbrötchen für 1,59 Euro. Ich habe mir hier noch so eine Flasche Fusetee mitgenommen für 1,59 Euro. Mit Minze, Wassermelode, Zero. Ceva-Toilettenpapier für 6,99 Euro. Das war auch im Angebot. Das war's. Drei Riesentüten voll. Ich bin fix nun alle vom Hochtragen schleppen. Patrick kann mir momentan ja leider gar nicht helfen. Ich räume jetzt weg und mache dann das Gyros. Der Patrick geht allerdings jetzt gleich zur ersten Lymphdrainage. Weiß ich nicht, da koche ich vielleicht erst ein bisschen später. Jetzt kommt noch der Wochenplan, bevor ich es vergesse. Heute ist Dienstag und heute gibt es Gyros. Mit Reisnudeln wollte ich das diesmal machen. Tzatziki, Grünsalat und dem Fladenbrot. Ich mache, glaube ich, aber nur so ein paar Reisnudeln. Morgen machen wir Zucchini-Moussaka. Das sind Kartoffeln, Zucchini und Hackfleisch geschichtet mit Soße und überbacken. Donnerstag gibt es dann Fischstäbchen. Hat die Olivia sich ja gewünscht. Mit Rahmspinat und Püree machen wir das immer eigentlich. Freitag habe ich mir mal wieder gewünscht, gefüllte Paprikaschoten zu machen. Deswegen habe ich sechs rote Paprika geholt. Liebe ich. Esse ich total gerne. Freue ich mich auch sehr drüber, dass wir das mal wieder machen. Samstag mache ich die Pfeffer-Ra-Medaillons. Sonntag habe ich jetzt mal aufgeschrieben, Mie-Nudeln mit Hähnchenbrust und Gemüse wollte ich mal wieder machen. Ja, aber irgendwann jetzt zwischendurch, ups, wenn das Wetter schön ist, werden wir unser Mittagessen mit Grillen ersetzen. Und dann haben wir noch ein Essen mehr. Das ganze Grillfleisch werde ich jetzt gleich in drei Portionen einteilen, dass wir dreimal grillen können davon. Ich hoffe, mein Wocheneinkauf, mein Wochenplan hat euch gefallen. Für den einen oder anderen vielleicht eine Inspiration. Ich denke, bei den Medaillons werde ich euch auch mal mitnehmen beim Kochen. Vielleicht auch bei noch einem anderen Rezept. Das kommt dann immer donnerstags. Jetzt musste ich überlegen. Kommen zwischendurch ja mal Rezeptvideos. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig darüber, dass das die letzten Wochen ein bisschen alles anders war. Und nicht so vorhersehbar. Und ihr euch oft auf Videos gefreut habt, wo keins kam. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Ich freue mich über jedes neue Abo. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten oder Follower bei Instagram. Da heißen wir ja Das sind wir eins. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! ö 주�爱et wie da hat Danke! Uff! Zee! Tschüss! Tschüss! popsinis LCD